So, ich sollte mir vielleicht mal Sticks und so holen, dass ich mir eine Axt bauen kann. Nein, die kann auf jeden Fall schon ein bisschen was. Dafür wird sie wahrscheinlich nicht gut kämpfen können. Das wäre ein bisschen krass über, ich brauche ja auch. Na gut, dass überhaupt irgendwer gut kann. Ich brauche ja noch Flint, wo ist ein Flint? Flint, 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 naja, das sind Seeds, ähm, ich gucke nur mal gerade, ob ich irgendwo Seeds finde. Äh, Flint, für die Axt. Ich glaube hier unten war noch Flint, oder? Nein, doch nicht. Ich kann auf jeden Fall, was kann ich jetzt bauen? Eine Fackel und ich könnte jetzt Seile bauen. Oder eine Haywall. Haywall Segment, not very sturdy, naja, das ist schon klar. Ich finde allem möglichen Scheiß, ne? Moment, ich finde Flint. Okay. Sollten auf jeden Fall zeitig uns dann wieder zusammen finden. Ja, da steckst du hier. Äh, da drüben? Okay. Da bist du, ja. Hallo, da. Hallo. Hast du Flint gefunden? Ne. Geschirrlich. Dafür hab ich einen roten Maschum und so. Weiß nicht, ob die so gut sind. Ich auch nicht. Hase. Hier oben ist wieder so ein Scheiß Lager. Das hat nicht was das kann. Äh. Na gut, ich glaub da kommen dann Gegner oder sowas. Dein Stone hat regenerative Power. Ohne Waffen und Rüstung und was weiß ich alles? Ne, ich glaub nicht, dass das ein Gegner ist. Also sie sagt hier, regenerierende Kräfte das Ding, aber... Oh, meine Axt ist schon kaputt. Oh, warte mal. Hast du Feuer oder soll ich? Ich kann Feuer bauen. Ich kann gar nicht Feuer, ich hab ja kein Holz. Äh. Hier kann ich was bauen. Survival? Was kann ich denn auf Survival? Ich kann mir nen Rucksack bauen. Ich hab mir mal nen Seil gebaut. Schaut Lens of Strachold. Schaut Lens of Strachold. Äh. Okay. Ähhm. Ähhm. Hauptsache, du hackst mal ein bisschen Holz. Na ja, muss ja gemacht werden, ne? Ja. Ich glaube, jetzt ist es ja auch noch nicht so bedrohlich. Naja. Das ist halt für mich jetzt leider gerade nicht viel zu tun, weil ich immer noch kein Flint. Hast du keinen Flinten? Ne, ich habe keinen Flinten, ne. Hm, doof. Was für ein Scheiß hier. Hm, da kannst du irgendwie eh nichts mitmachen. Ne, das ist so richtig irgendwie, ja. Offering to the beast ist irgendwie so ganz sauber scheint, dass das nicht so sein darf. Hm. Ich nehme mal noch die Zepplings hier mit. Hier oben ist eine Karotte mit Bären. Ja, schön. Oh, ich glaube, ich sollte mal zurückkommen. Hm. Hm. Äh, meee. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht nur. I'm in the dark. Ja, ich weiß. Hallo. Ja, es ist nicht wirklich gut. Oh, ich kann die auch noch nicht mal mehr in Feuer bauen. Ich habe kaum noch Ressourcen. Die Map ist jetzt hier gerade so richtig ressourcenlos, ey. Pflanzen essen bringt nichts. Das hat irgendwie keinen Effekt, glaube ich, auf Essen. Hm. Na gut. Ist aber auch gut zu wissen. Jetzt wicker button. Oh, Tilton. Hm. Könnte es bitte wieder Tag werden? Na, Mist, das ist eigentlich gleich. Wollt. Jetzt. Oh, Holz habe ich genug. Wir brauchen dringend andere... Oh. Ein Bischof. Clockwork. Ah, ähm. Okay, der ist nicht lieb. Alles klar. Nein, nein. Au. 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 Die Sachen rum. Nehmen wir jetzt in seine Rüstung. Fick dich. Was ist noch was Böses irgendwie? Ähm. Okay, alles klar. Nein. Ähm, lass mal weiterlaufen. Da sind Beaten wieder. Flint. Na, da liegt Flint. Braucht mir doch erstmal ne Axt jetzt hier. Befehlt. Sehr schön. Okay, den kann ich nicht mitnehmen. Alles klar. Hat mir erst mal schön dreimal mitgegeben, die Dreckserei. Fand ich jetzt irgendwie nicht witzig. Ne, das war jetzt auch nicht so... Woll? Hast du ja gesehen, dass der Baumteil gewackelt hat? Äh. So, ich hab mir jetzt erstmal... Rucksack gebaut. So. Ah, ich kann hier ne... Cool. Aha. Hm? Hm? I'm epic. Pam. Ja. Was denn? Ein, äh, Spear. Kannst du ein Vogel platt machen hier? Weiß ich noch nicht. Ne, ist leider zu weit weg. Aber... Ich will noch... ...noch Sachen hier sammeln fürs nächste Feuer. Da haben wir nämlich ein Problem. Oh ja. Dezent. Ich brauch mal ein bisschen Holz. Ähm... Klopp, 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 klopp. Ich brauch mehr Essen. Definitiv nicht mehr Essen. Ne, das ist das Hauptproblem, ja. Naja, deswegen heißt es ja auch downstarf. Naja. Das hat, äh... Deinen Namen schon nicht von ungefähr. Aber jetzt muss man weiterlaufen. Wo bist du hin? Siehst du doch da an dem Punkt. Ey, der zeigt... War aber grad hinter meinem Backpack. Deswegen hab ich ihn nicht gesehen. Okay. Aber wir brauchen... Essen. Und viel Essen. Nein, nimm du. Wenn ich kann Fall... Ne Falle bauen. Ne, kann ich nicht.